Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty World War II Ja, was machen wir denn mal? Hardcore Abschluss bestehen? Ey, nice! Der ist neu jetzt der Modus. Der muss jetzt mit dem Update dazu gekommen sein. Ja komm, gehen wir mal Rinder und gucken uns das mal an. Wie das da ganz nett im Hardcore Modus abläuft. Und wir landen wieder irgendwo drinnen auf dem USS Texas Okay, ich muss mal gucken was man da jetzt drauf spielt. Na, Team Deathmash, ja, kannst da eigentlich alles drauf machen, aber Abschluss bestätigt, hm... Müsste man gucken, was man da jetzt wie spielt. Ähm... Feindliche Bombe im Anflug! Im Deckung! Feindliche Bombe? Oh, oh. Ja, ist schon mittendrin in der Runde. Das ist aber frech. Kann ich auch mal spawnen? Na, siehst du wohl. Die Brücke? Ich seh nichts auf der Brücke. Ah, Pisse! Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt! Ja, einsammeln das Ding bitte. Vorräte unterwegs! Schützt die Abwurfzone! Wir verlieren den Kampf! Hm... Kommt hier wat? Da hinten! Bam! Ciao, Junge! Alter, wir sind hier voll in spawnen gedrückt. Kann das sein oder wat? Das schmeckt mir gar nicht. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt! Alter, ernsthaft? Dass man hier einfach nicht wegkommt, oder wat? Die Visionsartillerie feuer! Zielposition bestätigt! Ah! Das gibt's doch nicht! Die Aufklärung sucht nach Zielen! Mörser eingesetzt! Die Zone wird angegriffen! Sehr gut! Da muss doch noch irgendwo einer jetzt sein! Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt! Wir gewinnen den Kampf! Jut, rücken wir mal weiter vor, wa? Äh, du Wichser, alter! Lenkbombe ist gestartet! Wir werden hier ausmanövriert! Ja, nice! Zwei Stück, alle! Da drüben! Aktivität! Wie kann der denn da so komisch um die Ecke schießen? Der kleine Hans Wurst! Was fällt ihm ein? So, das kann ich aber auch! Abschuss bestätigt! Die Stolzler am Buchwort! Die Stolzler am Buchwort! Vordere Kanonen! Die Stolzler am Buchwort! Die Stolzler am Buchwort! Hm! Feindliche Aufklärungsschläger entdeckt! Abschuss bestätigt! Einmal hinüber mit dem Müll! Handflaschen bereit! Achtung! Molotow! Sie sind bis zum Fuß vorgetroffen! So nicht, Kollege! Oh! Gerade noch auf einen geschossen! Frech! Das war frech! Das war ja mal wirklich richtig frech, ne? Muss ich ja dazu sagen! Nachdem man dann auch noch am Anfang erstmal da in den Spawn reingequetscht wurde! Hm! Naja! Was soll man dazu sagen, ne? Da gibt das nicht so viel dazu zu sagen! Aber dafür trotzdem! 9 zu 6! Ist, ist okay! Ne, mit einer reinen Runde war das schon von, über zu, also zur Hälfte vorbei! Also, hm! Und dann doch noch ein paar Stück da weggeholt! Ist okay! Ah! Kann man machen! Aktive Boosts! Was habe ich denn für Boosts aktiviert? Soldaten-EP! 10 Minuten! Wo habe ich die denn her? Hm! Wo habe ich denn die Soldaten-EP her? Man weiß es nicht! So, na los! Machen Sie! Machen Sie rund! Rund und zackig! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und los! Wir wollen nicht in der Lobby stehen! Na toll! Jetzt sind ja zu wenige! Okay, dann beende ich die Folge doch jetzt an dieser Stelle! Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da! Und bis zum nächsten Mal! Ciao! Mit V! Mit V! Daaahhh! Was für einestauch!